1.Johannes 2,15 Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand eine Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihn. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Lass uns anschauen, was die Wille Gottes ist. Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Studium des kostbaren Wortes Gottes. In diesen Videos schauen wir uns an, warum die Welt nicht lieben sollten, was das bedeutet und was Gott von uns in der Welt erwartet. Die Welt ist das, was wir verlassen, wenn wir zu Christus kommen. Wenn uns gesagt wird, wir sollen die Welt nicht lieben, bezieht sich die Bibel auf das korrupte Wertsystem der Welt. Satan ist der Gott dieser Welt und er hat sein eigenes Wertsystem, das den Gottes widerspricht, wie wir sehen in 2. Korinther 4,4. So, fangen wir in Vers 3 an. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welches Gottes Ebenbild ist. Der Betrüger Satan hat das Weltsystem so listig eingerichtigt, um uns auf alle möglichen Arten in die Falle zu locken, besonders in der heutigen modernen Zeit. Satans System fördert die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, die Liebe zum Geld, die prallerische Stolz des Lebens, jede erdenkliche Sünde lässt sich in diesen Übeln zusammenfassen. In diesen letzten Tagen, in denen wir leben, ist die Versuchung jeden Tag extrem groß. Ich würde sagen, es ist heute schwieriger als zu Zeiten Jesus. Aber Sünde ist immer noch Sünde, ne? Abhängig von unserer Vergangenheit, Herkunft, Alter, Bekannten, Nachbarn und sogar familiären Einfluss, ist es leicht, in sündiges Verhalten zu verfallen. Aber wir als Christen haben eine übernatürliche Kraft in uns, den Helfer oder der Heilige Geist, der uns führt und uns immer einen Weg aus der Versuchung weist, unserer Beistand. Gott sagte, er würde niemals zulassen, dass wir über das Maß hinaus versucht werden, was wir tragen können. 1. Korinther, Kapitel 10, fangen wir am 12 an. Darum, wer meint, er stehe, der seht zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Wenn wir zu Christus kommen, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er beginnt, unseren Herzen, Gedanken und Interessen zu erneuern. Und wir werden sehen, dass unser Leben gute Früchte trägt. Er ist unser Tröster und Helfer. In Johannes Evangelium, Kapitel 14 und 15 und 16, spricht Jesus von der Heilige Geist, die er schicken wird, bei Pentecost, also bei seinem Tod. Fangen wir mit Vers 15 an. Liebt er mich, so haltet meine Gebote. Welche sind Jesus' Gebote? Die Liebe, Liebe Gott und Liebe deinen Nachbarn, so wie dich selbst und so weiter. Und ich werde Vater bitten, und er würde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt, in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den der Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn und erkennt ihn nicht, aber ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dann fahren wir runter zu 26. Ja. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Natürlich spricht Jesus hier zu seinen Jüngern in dem Oberzimmer. Gm. 15, Vers 26 war das? Ja. 26. Wenn aber der Beistand gekommen wird, den ich von Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ähm, nächste, Vers 7 war das. Wo sind, äh. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, der Heilige Geist. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Die Welt ermutigt oft zu Sünde, Sünder zu beneiden und uns mit schönen Menschen zu vergleichen. Sehme Sprüche 23, 17. Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn, denn gewiss gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung soll nicht zunichte werden. Der Einfluss berühmter Persönlichkeiten kann oft zur Unzufriedenheit, gerade bei jungen Menschen im eigenen Leben führen, zum Beispiel Instagram, Facebook und so weiter. Werbetreibende nutzen unsere natürliche Neigung, diese Welt zu lieben, durch Marketingkampagnen appellieren sie euch an die Lust der Augen, des Lust des Fleisches und des Stolzes Lebens. Die Welt zu lieben bedeutet, sich den Schätzen, Philosophien und Prioritäten der Welt zu widmen. Gott aber fordert seine Kinder auf, ihre Prioritäten nach seinem ewigen Wertsystem zu setzen. Wir sollen zuerst Gottes Königreich und Gerechtigkeit suchen, wie steht in Matthäus 6, 33. Beginnen wir in Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir denn essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6, 24. Und wir können nicht gleichzeitig Gott und der Welt ergeben sein. Wenn wir durch den Glauben an Christus in die Familie Gottes eintreten, gibt uns Gott die Möglichkeit, als eine neue Schöpfung aus dem Hamsterrad der Welt auszusteigen, wie wir sehen in 2. Korinther 5, 17. Okay, ich gebe euch Kontext. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir werden Bürger eines anderen Königreichs, wie steht in Philippa 3, 20. So wieder im Kontext, Vers 18. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie ruhm sich, ihre Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Die Welt weiterhin so zu lieben, wie Ungläubige es tun, wird unser spirituelles Wachstum beeinträchtigen. Dadurch können wir Depressionen erleben und unsere Freude kann schwinden. Die Welt ist voller Freuden, aber Freude werden nur kurzer Zeit. Das ewige Leben ist für die Ewigkeit. Ich möchte lieber hier leiden und später im Himmel ewige Freude haben, als nur für eine kurze Zeit hier auf Erden. Jesus beschreibt diesen Grunde so, als er sagte, wer sein Leben liebt, wird es verlieren und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird ewiges Leben haben. Das steht in Johannes 12, 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Bedeutet das, dass wir unglücklich sein müssen? Nein. Es gibt Freude am Herrn und daran, ein Christ zu sein. Wir haben übernatürlichen Frieden. Wir können uns der Himmel sicher sein, während der Ungläubige des Todes sicher ist. Allein diese Tatsache sollte ermutigend sein. Das Leben ist nur ein Wipperschlag. So, hier sind wir im Alten Testament, Prediger 6, Vers 12. Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während die gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die wie ein Schatten verbringt. Wer würde Menschen sagen, was nach ihm sein wird, unter die Sonne. Oder hier in Psalm 39, Vers 5. Lass mich mein Ende wissen, O Herr, und was der Maß meine Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Leben in dieser Welt, dieser gefallenen Welt, bedeutet, dass wir täglich mit der Sünde kämpfen, wir erleben Kümmer und Schmerz, wir sind Zeugen von Naturkatastrophen und erschütterlichen Verlusten. Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit und Falschheit scheinen vorherrschen zu sein, Zwietracht und Ärger sind dann die Tagesordnung. Aber nichts davon war Gottes ursprünglicher Plan für die Menschheit. Wir fielen von unserer ursprünglichen Position im Garten Eden. Wir leben halt in einer gefallenen Welt und die ganze Schöpfung seufst unter die folgende Sünde. Römer 8,22 So, und wieder im Kontext, Vers 20 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtscheid der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufst, mit in wen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufsten die Sisonestellung, die Erlösung unseres Leibes. Sobald wir Christus im Glauben annehmen, werden wir zu Kinder Gottes, Johannes 1,12 Und er möchte uns auf seinen Weg führen, Psalm 143,10 Gott versucht nicht, seinen Willen vor uns zu verbergen, er will es uns verraten. Tatsächlich hat er uns in seinem Wort bereits viele, viele Anweisungen gegeben. Wir sollen unter allen Umständen dankbar sein, denn das ist Gottes Wille für euch. Wie steht in 1. Thessalonischer 5,18 So, hierfür benutzen wir die Hoffnung für alle, weil es vereinfacht ist. Liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Um es einfach zu machen, Gottes Wille ist einfach nur, dass wir nett, respektvoll, freundlich sind und jedem gegenüber liebevoll sind, wer auch immer es sein mag. Als Kinder Gottes haben wir durch den Heiligen Geist die Fähigkeit, alles zu überwinden, sei es übermäßiges Essen, zu viel Alkohol, Sucht, Wut, Pornografie oder Drogen. Alles einfach. All diese Dinge werden irgendwann verschwinden, wenn wir ein heiliges Leben führen, wollen. Wir sind mit allen unserer Nöten und Probleme zum Kreuz Jesu gekommen, weil wir uns selbst nicht verfolgt retten können. Christus, der in uns ist, er wird uns helfen. Er ist unser Held, unser König, unser Retter und unser Gott. Niemand außer Jesus Christus selbst kam gerecht ans Kreuz, deshalb brauchen wir ihn. Wir können uns nicht durch unsere eigenen guten Werke retten oder versuchen uns selbst zu reinigen, bevor wir zu Jesus kommen. Komm, as you are, mit allen unseren Sünden, Problemen und Mängeln. Komm, wie du bist. Wir werden durch seine Gnade gerettet, wenn wir nur an das glauben, was er für uns getan hat, damit wir mit dem Vater versöhnt werden können. Okay, das war's für diesen Video. Bitte liken, teilen und kommentieren. Dadurch wird der Algorithmus angewiesen, dieser Nachricht mit mehr Leuten zu teilen. Denkt immer daran, hier geht es nicht um mich. Ich liebe euch alle im Herrn und ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen, wenn wir oben sind. Amen. Vielen Dank.